Und wir den Bambus einpflanzen. Natürlich mit Handschuhen, wenn man sie vergeben hat. Licht um meine Hände und dann werden sie in Sachen. Und dann werden sie in Sachen. So, hier haben wir unseren Herbststort, hier unser Perlit und da haben wir die Pflanze. Nächstes kommt dran, diese Pflanze hier, wie das Hüllungsdach ist. So, hier haben wir die Pflanze hier, wie das Hüllungsdachstort, hier haben wir die Pflanze hier. Da, hier haben wir den Freund. Hier haben wir die Pflanze schon durchgemacht. Hier haben wir die Pflanze durchgemacht. Hier haben wir die Pflanze, hier haben wir die Pflanze. Hier haben wir die Pflanze, hier haben wir die Pflanze. Hier haben wir die Pflanze, hier haben wir die Pflanze.